moin leute was geht herzlich willkommen auf meinem kanal zurück ihr habt jetzt eine woche pause von mir gehabt der grund dahinter ist relativ einfach ich werde ab übernächster woche sehr 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 viele veränderungen hier haben das heißt ihr werdet mit mir in einem anderen zimmer sein es wird eine andere ausrüstung da sein das heißt da ist sehr viel in planung da ist sehr viel was ich gerade tue mache was sich ändert ihr werdet das dann ab dem ersten februar sehen das heißt seid ein bisschen nachsichtig mit mir dass ich aktuell die dinge vor schiebe damit es dann wirklich rechtzeitig funktioniert dazu kommt jetzt schon eine große ankündigung ende februar wird es einen zweitätigen warzone stream geben und zwar mit einem riesigen turnier gesponsort von loot gaming es werden unglaublich große preise dabei sein ebenfalls einer der großsponsoren von dem ganzen turnier wird der gute nick sein mit den creative modding controllern ich kann euch nur sagen es wird richtig heftig da wird richtig was auf euch zukommen das heißt packt jetzt schon mal euer squad ein es wird ein turnier für drei leute sein mehr werdet ihr in der nächsten woche erfahren wir wollen erstmal zum thema von heutigen video kommen und das heutige video soll sich eigentlich um die thematik drehen ein bisschen hochgespitz formuliert sind wir call of duty süchtig der grund warum ich mich das frage ist dass wir seit mehreren jahren eigentlich etwas anderes bekommen als das was promotet wird als das was wir eigentlich wissen was kommt black ops 4 war eigentlich eine enttäuschung wie unfertig es war modern warfare hat die community komplett gespalten black ops cold war die cheat system mal die hacker systematik die wir in game haben die wir in war zone haben kein anti cheat system bugs und mehr bugs und noch mehr glitches die jede woche aufs neue dazu kommen und mit jedem update kommen neue probleme dazu und trotzdem sind die verkaufszahlen von activision seit jahren immer wieder steigend und normalerweise auf dem markt ist es ja so und das kennt ihr auch ein produkt was sehr gut entwickelt ist und was gut ankommt wird sehr viel verkauft und das ist legitim aber ein produkt was nicht richtig ist oder nicht fertig ist immer wieder probleme hat das wird einer regel nicht gut verkauft und irgendwann wird es vom markt genommen oder es wird einfach deutlich verbessert und dann kauft man ist bei activision und call of duty ist das seit jahren eine andere geschichte die spiele werden teilweise immer schlechter immer mehr fehler immer weniger zeit investiert die spiele fertig zu machen und trotzdem kaufen wir jedes jahr das cod und viele von euch haben in letzten jahren immer wieder in kommentaren geschrieben ich kaufs mir nicht ich kaufs mir nicht trotzdem muss man ja fragen wenn so viele immer sagen ich kaufe es mir nicht warum sind die verkaufszahlen so hoch und da möchte ich einmal content creator ein bisschen rausnehmen denn ihr müsst dabei bedenken wir content creator egal wie groß oder klein der ist wenn der sein kanal darauf aufgebaut hat zum beispiel content über call of duty zu machen muss er sich das call of duty ja eigentlich schon kaufen um den content darüber zu machen außer er sagt ich werde dieses jahr ein jahr auslassen so wie es in modern warfare gemacht habe weil ich kann und will das ein jahr nicht machen große content creator werden das nicht einfach können wenn die 56 700.000 abonnenten haben haben die meistens eine finanzielle grundlage die sich auf diesem kanal richtet dass die sich nicht einfach erlauben können zu sagen ich mache ein jahr nix ich weiß nicht wie viel leute in der größe wie heftig zum beispiel verdienen aber ihr könnt euch vorstellen es wird mehr als genug sein nur mit den videos ohne die ganzen partnerschaften wieder dranhängen dass die nicht einfach sagen können ich mache ein jahr pause und leute wie er oder andere sind eben auch kreativ genug und selbst wenn das game an sich nicht so viel bietet machen sie content über das game der irgendwie witziges unterhaltsam oder ähnliches aber die normalen leute so wie du jetzt oder jeder andere der von euch gerade zuschaut der kauft sich das game ja teilweise jedes jahr um dann enttäuscht zu sein und vorsicht leute ich sage absolut nicht dass das jeden betrifft und dass das für jeden so ist aber ganz viele leute kaufen sich die spiele jedes jahr und sind dann am ende enttäuscht und die fragen die man sich dann stellen muss sind wir mittlerweile so abhängig von call of duty auch aufgrund dessen dass einfach in den letzten jahren nicht wirklich alternativen da war die call of duty wirklich mal am schlawittchen gepackt haben und gesagt haben wir sind ein guter konkurrent wir werden es mit ihr aufnehmen oder liegt es einfach daran dass wir schon so darauf doktriniert sind dass wir mit dieser masse schwimmen müssen dass wir jedes jahr sagen müssen ich muss es mir dieses jahr kaufen mein kumpel spielt ist meine boys spielen ist gerade mit war so man will war so und dann vielleicht weiter spielen aber aber auch mit den neuen black ops cold war waffen dann will man vielleicht noch den multiplayer ein bisschen testen in der hoffnung dass es vielleicht alles besser geworden ist als zum letzten jahr und dann denkt man sich vorher als kill based matchmaking aber so schlimm wird es ja dieses jahr bestimmt nicht sein die frage die sich da generell stellt ist gibt es alternativen dazu die wir einfach gar nicht so wirklich bemerken und die zweite frage die man danach stellen muss ist wenn es alternativen gibt warum probieren wir sie nicht aus und in dieser jetzigen serie wovon wir noch ein paar mehr videos bekommt werde ich euch in den einzelnen videos einzelne alternativen vorstellen die hier in den letzten tagen und wochen getestet habe gespielt habe die sowohl als mobile games funktionieren als auch ganz normale games die auf der konsole auf dem pc spielen könnt und der hauptauernmerk davon wird auf battery a liegen der grund dahinter ist relativ einfach es gibt keinen big player außer jetzt vielleicht mit abstrichen battlefield der call of duty rein was das game angeht auf den konsolen irgendwie konkurrenz machen kann aber die warzone map verdansk und der warzone modus in call of duty ist ja nicht der erste war so beziehungsweise battle royale und wird ja auch nicht der letzte sein wir haben h1c1 wir haben fortnight wir hatten pubg wir hatten blackout wir haben es gibt so viel battle royale games mittlerweile und das erste was ich euch gerne vorstellen möchte ist heute pubg mobile wenn man sich das game anschaut man kann es ganz normal auf dem smartphone spielen das heißt egal ob android oder iphone oder oder es ist kostenfrei und man kann es wenn man vielleicht keinen rechner hat der gut genug ist eben entspannt auch unterwegs spielen wenn ihr es gerne auf dem pc spielen wollt könnt ihr euch entweder ganz normalen emulator runterladen das heißt ihr könnt das pubg mobile game auf dem rechner spielen mit maus und tastatur oder ihr könnt als zweite alternative einfach an euer smartphone je nachdem was für eins ihr habt vorne ganz normalen adapter kabel ran machen könnt das dann ganz normal an eure elgato oder an den rechner anschließen und können es ganz normal auf dem handy spielen und könnte es theoretisch auf dem bildschirm von eurem rechner haben pubg mobile oder pubg an sich ist glaube ich eins der ersten battle royale gewesen die wirklich so viral gegangen sind davor war 8101 und nachdem das durch war kam pubg schon und bei pubg merkt man einfach sehr sehr deutlich dass man sich da von der entwicklerseite auf dem battle royale komplett darauf fokussiert hat es gibt also keine keinen kleinen single player den man in dem sinne spielen kann oder oder aber es entwickelt sich auf dieser plattform immer immer weiter aktuell habt ihr die möglichkeiten ich habe es jetzt vorgestern das erste mal richtig durch gespielt ihr könnt tdm spielen bei pubg ihr könnt die runen kraft freischalten das heißt mit den runen habt ihr gewisse spezialfähigkeiten die ihr im game ganz normal aufladen könnt durch punkte durch zeit und könnt diese spezialfähigkeiten dann einsetzen um euch einen vorteil zu verschaffen klingt erst mal ein bisschen wie spezialisten aus black ops 4 ist aber komplett was anderes das heißt pubg ist das erste was ich gerne heute einmal so ein bisschen vorstellen würde ihr könnt gerne in die kommentare schreiben was für euch noch vielleicht entweder ein mobile game oder ein game für ein pc oder die konsole wäre was ich ebenfalls mit rein nehmen soll ich habe überlegt dass ich eben auch noch fortnight einmal vorstellt obwohl es natürlich jeder von euch kennt h1c1 einmal vorstellt auch wenn das jeder von euch kennt und eventuell noch ein oder zwei andere bettorial modus das heißt schreibt gerne in die kommentare wenn ihr noch ein zwei habt die ich jetzt vielleicht gar nicht auf der liste hatte die würde ich auch gerne vorstellen das heißt ihr seht es gibt alternativen zu call of duty und es gibt auch alternativen die jetzt nicht nur im bettorial sind sondern auch ganz normalen single player und multiplayer haben und trotzdem fragt man sich dann natürlich an eurer stelle an meiner stelle warum kaufen wir es jedes jahr und ich glaube das hat drei verschiedene faktoren das erste viele von euch die die mir zugucken gucken auch anderen content creator auf youtube zu youtube videos schauen sein seinem content creator folgen ist ja mittlerweile etwas viel wichtigeres als noch vor 5 6 7 jahren das heißt ihr wollt eurem content creator gerne zuschauen und wollt automatisch natürlich vielleicht auch das spielen was er vorstellt viele content creator werden und haben es noch selten bisher getan ein spiel wirklich gehatet oder gesagt leute ein wichtiges cod zum beispiel das ist grottenschlecht ich mache kein video darüber ich werde es nicht vorstellen kauft das nicht das heißt die leute machen eher das gegenteil sie suchen die besten sachen aus dem game raus stellen euch das vor als content verdienen damit geld ihr habt damit unterhaltung und ihr sagt oh das game sieht gar nicht so schlecht aus ich kaufe mir das das heißt der einfluss von content creator auf jeden einzelnen von euch ist wirklich groß auch wenn man sich das vielleicht gar nicht so eingestehen mag zweite sache wir alle sind ja oder viele von uns sind ja seit vielen vielen jahren dabei jetzt mit modern warfare kamen viele neue spieler dazu aber generell der großteil der community besteht ja aus spielern wie dir und wir die schon länger dabei sind egal ob ihr mw2 gespielt habt bo2 mw3 vielleicht erst black ops 3 was immerhin auch fünf sechs jahre her ist das heißt ihr folgt dieser franchise schon seit vielen vielen jahren und ihr habt schon sehr viel zeit darin investiert sehr viel coole momente gehabt sehr viele negative momente sehr viel spaß sehr viel hate call of duty ist immer so ein kleines leben außerhalb des richtigen lebens ihr taucht ein ihr habt spaß ihr habt kumpels dabei man kann witzige sachen machen man kann richtig sweaten es gibt eine milliarde möglichkeiten wie man das spiel eigentlich spielen kann und dadurch dass man das schon so lange macht ist man automatisch darauf doktriniert dass man sagt das neue cod habe ich gekauft das nächste cod kaufe ich natürlich auch selbst wenn ihr sehr sehr unzufrieden seid und der dritte punkt warum man es eigentlich jedes jahr kauft ist relativ einfach wir haben wenig alternativen die wirklich alles abdecken was call of duty anbietet wir haben natürlich battle royale games die rein battle royale anbieten pubg bietet zum beispiel jetzt tdm noch mit an aber viele von den anderen games auch sowas wie battlefield sind zwar konkurrenz für call of duty bieten aber noch mal ein anderes spektrum ein anderes gameplay feeling und komplett andere randbedingungen an das heißt es gibt keinen player auf dem markt der eins zu eins call of duty die spielerzahlen wegnehmen könnte hätten wir jetzt ein fertiges gta 6 schwöre ich euch wären die spielerzahlen bei black ops cold war und warzone deutlich niedriger als sie es aktuell sind gta 5 ist immer noch eines der meist geschauten spiele bei twitch und es ist so alt mittlerweile rockstar games wird mit gta 6 einen richtigen knaller raus bringen und wir wissen rockstar games lässt sich immer sehr viel zeit für die entwicklung und die spiele sind dann einfach in der regel unglaublich gut dadurch dass wir aber kein gta 6 am himmel haben und auch nicht sehen können wo es ungefähr kommt also ob dieses jahr nächstes jahr über nächstes jahr wird call of duty noch eine gewisse zeit diesen markt abfarmen können wenn die thematiken sbmm und ähnliches aber noch länger drinne bleiben garantiere ich euch leute dass viele von euch viele von uns content creator dem spiel und der franchise den rücken kehren ich hoffe es ist so ein bisschen klar geworden mit dem ersten beispiel pubg mobile heute warum es so schwierig ist call of duty als franchise als verkaufsprodukt anzugreifen ihr werdet in den nächsten videos weiterhin über pubg über fortnight über h1c1 über alles mögliche von mir bescheid wissen ich werde euch die games noch mal im live play vorstellen so dass ihr euch selber einen eindruck machen könnt und gerne leute lasst ein like da schreibt in die kommentare was für ein game ich vielleicht vergessen habe was ich gerne für euch einmal vorstellen soll das ist so der plan für die nächsten tage ich bin raus für heute lasst gerne like da lasst gerne abo da haut rein dann folgen Untertitelung des ZDF, 2020